Wohin? Wir setzen ein zu, in, auf, an oder nach. Achtung, hier gibt es einige Ausnahmen. In den Eimer. Auf den Weg. Auf die Straße. In Ordnung bringen. Aufs Klo. Zum oder ins Auto. Zum oder in den Zug. Nach Indien. In Bezug auf. In den oder zum Kindergarten. Und noch einmal. In den Eimer. Auf den Weg. Auf die Straße. In Ordnung bringen. In den Eimer. In den Eimer. In den Eimer. nach Indien in Bezug auf in den oder zum Kindergarten Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann! Ciao! Bis dann!